Warum scheinen eigentlich so viele Menschen momentan erfolglos zu sein und die anderen so erfolgreich? Ja, es ist oft so, dass die Erfolglosen an ihren alten Strukturen hängen, nicht offen sind für neue Wege, nichts ausprobieren möchten. Gehörst du auch dazu? Dann ist Christenkreativ genau das Richtige für dich. Dort verspricht dir Hermann Scherer mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Erfolg. Und wie? Er gibt dir einfach kreative Ideen an die Hand, die du eins zu eins umsetzen kannst. Also das ist wirklich ganz, ganz simpel gemacht. Und wenn dich das interessiert, dann einfach unterhalb dieses Videos auf den Link klicken und dir deinen Platz in diesem Kurs sichern. Falls dir weiterhin solche Tipps weiterhelfen, bitte kurs1.de abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank.